Musik Hallo, heute ist der Kasperl in Kärnten, mitten in Kärnten, also in Mittelkärnten, in Feldkirchen. Hier gibt es viel zu sehen, sogar Badeseen. Und einen Polizisten kann man hier sehen. Wer ist der Kasperl? Grüß dich, Polizist, hast wohl viel zu tun. Na, Kasperl, heit geh, baden im See. Passen Sie auf, Herr Polizist, hier am See gibt es Krokodile. Krokodile hier am See? Das glaub ich nicht. Kinder, hier in Kärnten gibt es natürlich wirklich keine Krokodile am See. Nur im Kasperltheater gibt es Krokodile. Ich werde jetzt hier im schönen Feldkirchener Badesee eingehen. Haha, dieses Wasser ist schön. Und hier gibt es doch keine Krokodile, was der Kasperl sagt. Mit der Badehose werde ich einige... Ah! Ma, das ist wirklich ein Krokodil. Ein richtiges Krokodil. Wohnst du hier? Duschst du auch beißen? Und wenn ich die Badehose anhab? Na, warte, dann ziehe ich mir ein Bikini an. So ein Quatsch. Ich ziehe mir doch kein Bikini an. Aber jetzt geht's mit der Badehose. Seei! ... ... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.